Herzlich Willkommen zur ersten Runde Q&A für die lokalen Gruppen. Es ist mir eine große Freude, damit jetzt zu beginnen, einfach aus dem Grund, weil es uns insgesamt viel, viel schneller voranbringt und wie hier schon erwähnt, habe es zu mehr Ressourcen verteilt im Land führt und dadurch können viel mehr Menschen davon profitieren und ihr Leben verbessern und mit jeder lokalen Gruppe hilft es, den Menschen in der Umgebung anzudocken, in Verbindung zu kommen und dieses Ankommen und in Verbindung kommen durch ehrliches Mitteilen führt automatisch dazu, dass das, was wir als Probleme oder Leid wahrnehmen, sich reduziert. Und deswegen machen wir das Ganze und ich möchte auch, dass vor allem die Gruppenleiter ihre Fragen und Probleme, die jetzt noch nicht gelöst sind, einfach schnell und effizient beantwortet bekommen, damit ihr einfach das Gefühl habt, es geht voran und ihr braucht nicht alleine da herumrudern. Das ist vielleicht auch eine große Herausforderung für Menschen, die jetzt nicht beruflich Gruppen leiden, aber genau da geht es lang und schauen wir mal. Ich bin ein bisschen in Partylaune heute, sieht man auch an den Klamotten, mir geht es super und ja, vielleicht, ich sehe das ja irgendwie vor mir, dass wir irgendwann einfach eine Riesenparty als Menschheit haben. Ja, so die ganze Erde, wenn wir mit unserem Wahnsinn, der sich hier im Mentalen und in unseren Körpern festgesetzt hat, wenn wir uns von dem befreit haben und aufwachen als Menschenfamilie, dann glaube ich, dass wir viel feiern. Und das Gefühl dazu, das hat man schon in sich, wenn man das für sich als Individuum transformiert hat, wenn man angekommen ist, dann ist da Party, ja, auch wenn es drumherum noch ein Albtraum vielleicht ist, aber für sich ist dieses Gefühl da von Freiheit, von Freude, von am Ziel sein, angekommen sein, von das Dunkle überwunden zu haben. Und ich bin jetzt keiner Leuchte da, aber zumindest kann ich sagen, dass ich ein absolut geiles Leben habe und es mir nicht besser vorstellen kann im Moment. In dem Zusammenhang möchte ich auch erwähnen, dass ich nur sagen kann, dass alles, was ich hier euch vermittle, dass ich das bis zum heutigen Tag als wahr empfunden habe. Und ich stehe dazu. Das, was ich sage und was ich gesagt habe bisher, das stehe ich im vollen Umfang zu. Ich erlebe immer wieder, dass es wahr ist, dass es funktioniert vor allem. Also das möchte ich euch auch nochmal mitgeben, dass das auch wirklich für mein Leben so ist und ich lerne da auch immer weiter und immer mehr. Aber es stellt sich eben raus, dass es funktioniert so. Ich kann es nicht anders sagen. Wenn ich das mache, dann geht es aufwärts. Gut. Es gab noch was anderes vorher. Es gab einige, die sich über die Lautstärke beschwert haben. Ja, kann ich nachvollziehen. In den einigen Floating-Videos ist die Lautstärke extrem weit unten. Das hat damit zu tun, weil wir halt das als im Raum aufnehmen mussten, mit einem Raum-Mikro und teilweise man in dem Prozess natürlich sehr leise spricht. Ich habe die Videos schon so verstärkt und das Rauschen rausgerechnet, wie es nur irgendwie geht. Also die sind schon maximal bearbeitet. Es ist leider so im Moment mit den bestehenden Videos, was ihr ausprobieren könnt, ist, in eurem Betriebssystem die System-Lautstärke hochzustellen. Damit könnt ihr quasi über 100 Prozent drüber hinaus die Lautstärke hochregeln. Müsst ihr euch mal informieren oder jemanden fragen, der sich auskennt. Oder ihr hört das über einen Verstärker, über eine Anlage. Ist jetzt leider so. Dazu kann ich sagen, mir hat gestern oder vorgestern war das, glaube ich, ein Profi aus dem Film-Tonbereich geholfen, das technische Problem, was ich bisher hatte, mit den Funk-Mikros zu lösen. Das heißt, ich werde jetzt demnächst auch das nochmal angehen. Das heißt, jeder kriegt ein Mikrofon zum Anstecken direkt an die Kleidung. Und dann können wir auch den Floating-Prozess machen mit einer exzellenten Tonaufnahme. Also das Problem, was ich da immer hatte und selber nicht finden konnte, ist jetzt sozusagen identifiziert und ich muss mir nur ein neues Kabel kaufen. Und dann machen wir damit nochmal ein paar Versuche und ich gehe davon aus, dass das dann eine hervorragende Tonqualität hat. Also das nur zum Ausblick. Und wie immer noch die Info, wenn ihr Fragen habt zu den lokalen Gruppen oder zu dem Prozess, guckt bitte zuerst in die FAQs. Die sind auf meiner Homepage aufgelistet. Das sind Fragen, die am Anfang des Projektes aufgetreten sind. Die habe ich dort alle beantwortet. Und wenn das sich damit nicht klärt, dann schreibt hier über das Frageformular der lokalen Gruppen eure Fragen oder euer Anliegen. Okay, let's go! Lieber Gopal, kann ich auch starke Trauer im Prozess zulassen, wenn sie beim Mitteilen hochkommt und sie einen aktuellen Anlass hat? Zum Beispiel, jemand ist schwer krank und das ist sehr belastend für längere Zeit. Hilft das dann beim Verarbeiten oder was macht das mit dem Nervensystem? Vielen lieben Dank! Ja, das kommt drauf an. Es gibt einfach viele Konstellationen. Wenn zum Beispiel jemand immer Trauer unterdrückt hat und da wenig Zugang zu hat und das kommt dann hervor in der lokalen Gruppe, ist das natürlich eine super Sache. Dann ist das auf jeden Fall sehr transformierend. Und da habe ich gar nichts dagegen. Also, ja, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist aber, wenn zum Beispiel jemand standardmäßig in die Trauer springt und das schon sein Leben lang gemacht hat und zum Beispiel den Zugang zu Macht und Wut, ja, also zur Handlungskraft und Wut und Aggression unterdrückt hat, dann wäre das eher eine, wie soll ich sagen, eine Warteschleife im emotionalen Bereich. Das heißt, es wäre eine Standardemotion, wo man immer wieder reinspringt, wo es nicht weitergeht. Und dann ging es darum, vielleicht mal das ein bisschen abzubremsen und mal zu gucken, was da drunter ist. Weil in diesem Fall ist eben, wie gesagt, da ist dann Wut und Hass da drunter und dann ging es darum, zu schauen, ob man da dran kommt. Aber jetzt nicht als Machen, ja, also jetzt nicht als Vorgabe, das unbedingt zu versuchen, sondern eher so als Haltung. Okay, ich halte jetzt das mal mit den Tränen, halte ich jetzt mal zurück und gucke mal, was dann passiert. Also das sind einfach alles unterschiedliche Konstellationen und generell ist es so, starke Emotionen dürfen nie überflutend sein. Das heißt, wenn du weggeschwemmt wirst davon und du als Erwachsener nicht mehr dich im Raum orientierst, dann musst du das beenden. Das ist nicht förderlich, sondern der Erwachsener muss immer stabil bleiben. Und zum Letzten, letztlich ist es alles immer noch eine Art Ausagieren, weil diese tiefe Trauer letztlich doch nicht zu der realen Situation heute gehört. Das ist immer eine Art Erinnerung an frühkindliche Verlusterfahrungen. Ja, das behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech, weil Trauer heißt, es fehlt was. Trauer ist das Verwahrhalten von Trennung, aber es gibt keine Trennung in Wirklichkeit. So, ich hoffe, das öffnet für dich einen Raum und du kannst mal gucken, was da für dich sich richtig anfühlt. Ja, aber grundsätzlich sind starke Emotionen willkommen, natürlich, solange sie eben nicht gegen jemand gerichtet werden. Das ist immer ganz wichtig. Hallo, Gopal. Danke für die lokalen Gruppen. Deine Arbeit schlägt ein wie eine Bombe. Mich in der lokalen Gruppe mitzuteilen, lässt in mir wieder was ins Fliesen kommen. Es fühlt sich sehr lebendig an. Ich habe eine Frage zum Ablauf. Wie viel Bewegung ist beim Mitteilen erlaubt? Darf ich bei dem Bedürfnis, mich zu bewegen, aufstehen, hüpfen, zappeln, strecken etc.? Ist das dann ein Ausagieren? Ganz liebe Grüße. Ja, das ist eben auch hier schwer pauschal zu beantworten. Es kann Verschiedenes sein. Es kann zum Beispiel sein, dass es der Beginn der Lebendigkeit ist, die zurück in das System kommt und der Körper sich einfach bewegen und leben und tanzen möchte, aufgrund von Lebendigkeit, die zurückkehrt. Es kann aber auch sein, dass es eine Kanalisierung von Ladung ist. Das heißt, dass du das Eigentliche nicht kommunizierst und das dann in den Körper lenkst und dich ablängst und so weiter, rumzappelst und aufstehst, um das Eigentliche nicht zu kommunizieren. Auch das kann sein. Und dann kann es immer zusätzlich noch sein, dass es in Richtung Traumaentladung geht. Das sind aber dann eher, sage ich mal, autonome Bewegungen, dass wir dann eher so zittern oder sowas. Ja, das ist jetzt nicht genau das, was du beschreibst, aber auch das ist möglich. Es ist also, ja, müsste man im Einzelfall schauen, was das genau ist. In jedem Fall ist das nicht Bestandteil des Prozesses. Also der Prozess, den ich da definiert habe, der dient zur Kommunikation. Nicht dazu, Dinge in den Körper zu kanalisieren. Ja, wie gesagt, wenn es ein Release-Vorgang ist, eine Entladung im autonomen Nervensystem, ist überhaupt nichts dazu zu sagen. Das ist völlig in Ordnung. Also das wäre Zittern, vor allem autonomes Zittern, also neurogenes Zittern zum Beispiel, ja, dass man nicht mit dem Willen bewusst macht, was so schnell geht, dass man das gar nicht bewusst machen könnte. Also guck mal, was da auf dich zutrifft. Von der Art, wie du es schreibst, ja, ist schwer zu sagen. Musst du einfach für dich mal schauen, was davon für dich das Passende ist. Hallo Gopal. Ich habe die Gruppe mit zwei Personen gestartet im Oktober 19. Zwischenzeitlich sind wir jetzt sechs Personen, die sich regelmäßig treffen, was mich sehr freut. Und es kommen immer wieder Anfragen. Nun gibt es Fragebedarf bzw. die Mitteilung bzw. der Mitteilung. Erstens, manche Teilnehmer empfinden immer das gleiche Gefühl in Klammern Einsamkeit, Verlassenheit und teilen es mit und berichten, dass sich das Gefühl nicht verändert, obwohl sie gehört werden. Hast du eine Idee oder machen wir was verkehrt? Liebe Grüße. Ja, das ist was Typisches. Ihr macht da nichts verkehrt, sondern da gibt es einfach ein paar Sachen, die man wissen muss. Wir als Menschen ohne professionelle Begleitung, wir beginnen ja jetzt erst mit dem Bewusstwerden, mit dem Austausch. Und das heißt, das ist wie so Neuland. Wir begeben uns auf Neuland hinein. Und das heißt, da sind vielleicht auch Dinge unklar. Und zum Beispiel das, was du jetzt beschreibst, ist was, was sich scheinbar irgendwie, was da irgendwie vielleicht nicht richtig läuft oder wo man das Gefühl hat, es geht nicht weiter. Wenn wir Emotionen mitteilen, dann sind wir am Anfang dieses Vorgangs ja immer in unserem Standardraum drin. Ja, also der Vorgang des Mitteilens meines Innenlebens, das ist ja schon was Neues, das ist ja schon eine Revolution. Und was wir dann mitteilen, ist das, was wir sowieso immer zur Verfügung haben. So, das heißt, das ist die oberste Schicht, das ist noch nicht das Eigentliche in der Regel. Ja, da ist also noch alles mögliche drunter. Aber das, wozu wir Zugang haben, was eben bewusst da ist, das können wir mitteilen. Wenn jetzt auf der anderen Seite jemand ist, mindestens einer, der das wirklich hört und hören möchte, und du das wirklich mitteilst, und zwar wirklich im Kontakt mit dem anderen, also nicht sich abschotten und was sagen, sondern dem anderen wirklich sagen, das dem anderen wirklich geben und mitteilen, ganz offen, und der andere ist offen dafür und empfängt das, dann geht es eine Ebene tiefer. Das ist zwangsläufig so, weil das, was beleuchtet wird an Ungelösten, das löst sich auf und macht den Raum frei für was Tieferes. Und je tiefer wir kommen, desto wahrer, desto, ja, desto wahrer ist das. Und das, was an der Oberfläche ist, das kann sich eben nur halten, indem da nicht hingeschaut wird, indem das keinen Raum bekommt. So, jetzt ist es eben so, dass wir im Kern im Prinzip nur zwei, wie können wir sagen, zwei Schichten haben. Und das ist einmal Traurigkeit und einmal Wut und Hass. Und bei manchen ist sozusagen der innerste verdrängte Anteil ist Wut und Hass, bei anderen aber Traurigkeit, Hilflosigkeit, Ohnmacht und so weiter. So, das heißt, das kann unterschiedlich gelagert sein. Das bedeutet, jemand in der Opferhaltung, der eher sich ohnmächtig fühlt und hilflos, der hat Zugang zur Traurigkeit, ganz einfach, aber er hat keinen Zugang zu Wut und Hass. So, und das ist einfach gut zu wissen. Wenn ich also immer meine Traurigkeit mitteile, ne, und dann muss ich einfach mal gucken, ob da nicht vielleicht noch ein bisschen mehr ist. Und genauso umgekehrt, wenn dann so, ja, jemand kommt und immer nur, ja, stark ist und wütend ist und immer an Wut, Hass und Auseinandersetzung dran ist und da immer leicht reinspringt, dann geht es darum mal zu schauen, was ist denn mit weichen Dingen wie Traurigkeit, Hilflosigkeit, Verzweiflung, wo sind die, ist da vielleicht noch mehr da drunter? Und da müsste man dann hinschauen. Das ist jetzt einfach nur zum Wissen. Wenn es nicht weitergeht, heißt das, unabhängig von dem, was ich jetzt gesagt habe, dass keine wirkliche Verbindung stattgefunden hat. Also wenn jemand immer wieder was mitteilt und es ändert sich nichts, heißt das, es ist nicht durchgelaufen. Und das liegt daran, dass entweder der, der sich mitteilt, sich verschlossen hat, also kein echtes Mitteilen das war, sondern ein sich selber mitteilen und den anderen ausblenden, oder auf der anderen Seite haben wir niemanden, der das hören möchte und das wirklich gehört hat. Okay, ich hoffe, das klärt eure Fragen soweit erst mal. Es gab noch ein paar andere Nachrichten, die aber jetzt nicht mit dem lokalen Gruppenprozess zusammenhingen. Und ja, wenn es noch mehr Klärungsbedarf gibt, schreibt mir einfach eure Fragen. Ihr könnt auch Feedback schreiben über das Frageformular der lokalen Gruppen. Lese ich auch gerne vor, wenn es keine Frage ist, wenn ihr Erfahrungen mitteilt. Das ist ja auch wichtig für andere, zu hören, wie das funktioniert oder das, was funktioniert, dass es Mut macht. Also, das Formular ist offen und ich habe Kapazitäten, Fragen zu beantworten. Und wie gesagt, wenn es zu viel ist, machen wir das Formular erst mal zu, dann beantworte ich alles zu Ende. Das sichergestellt ist, dass jeder, der eine Frage gestellt hat, die auch beantwortet bekommt. Und wenn das alles durch ist, dann machen wir das Formular wieder auf und dann geht es weiter. Also, let's go!